Hey, siehst du gerade das richtige Unternehmen für deine Lehre? Moisburger bietet dir dazu drei Ausbildungsmöglichkeiten. Eine Lehre als Erspannungstechniker, als Mechatroniker oder als Maschinenbautechniker. Aber ist Moisburger die richtige Firma für dich? Komm mal mit, ich zeige dir, was dich für uns erwartet. Am Anfang starten wir mit der Grundausbildung in unserer hochmodernen Lehrwerkstatt. Hier lernst du alle Basics für die metallischen Berufe bei Moisburger. Wie zum Beispiel das Anreißen, Pfeilen, Bohren und Sägen. Später in deiner Ausbildung wechselst du in die verschiedenen Fachabteilungen. Je nach deinem gewählten Lehrberuf. Der Moisburger als idealer Lehrbetrieb macht aus, dass wir eine sehr große Lehrwerkstatt haben mit 2.900 Quadratmetern. Wo das Schaffen einfach angenehm ist und viel Spaß macht. Die Vorteile bei Moisburger zu arbeiten sind sicherlich, dass wir als Ausbilder hier hauptberuflich tätig sind. Das bedeutet, wir haben genug Zeit, uns um die Lehrlinge zu kümmern. Bei uns wirst du unterstützt, gefordert und gefördert. Die Ausbilder legen viel Wert darauf, dass du das Gelernte verstehst und dich dabei weiterentwickeln kannst. Die wichtigsten Eigenschaften bei uns zum Beginnen sind auf jeden Fall Motivation. Motivierte Lehrlinge, aus denen kann man alles rauszuholen, denen kann man alles beibringen. Die Arbeit mit Lehrlingen macht darum so viel Spaß, weil wir hier täglich einen Fortschritt erleben. Fortschritt bei der Arbeit, aber genauso auch einen Fortschritt, wenn man sieht, dass aus Jugendlichen Erwachsene werden. Du fragst dich jetzt bestimmt, was genau macht Moisburger eigentlich? Moisburger produziert und vermarktet hauptsächlich Normalien als international führende Hersteller. Aber was sind Normalien? Das sind standardisierte Bauteile für den Werkzeug- und Formenbau. Unsere Kunden bearbeiten standardisierte Platten weiter, zum Beispiel für den Einsatz in Spitzkrise-Werkzeugen. Diese produzieren wiederum Kunststoffteile, denen wir jeden Tag begegnen. Das gute Miteinander ist uns bei Moisburger sehr wichtig. Wir suchen verlässliche Teamplayer, deren Arbeit Qualität hat und die nie den Spaß und das Interesse daran verlieren. Hast du diese Eigenschaften, dann bedeutet das bei uns, du hast Mäuserblut. Hast du Mäuserblut? Dann melde dich bei uns. Komm vorbei und finde es heraus. Wir freuen uns auf dich. Alle weiteren Infos findest du unter www.lehrebeimäusburger.com Auf Facebook und unserem Instagram-Kanal bekommst du weitere Einblicke in das Lehrlingsleben bei Moisburger. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.